Die Fans geben jetzt noch wagen, die Garten sind nur noch ein paar Minuten zum Spiel. Nach dem Vorschlag geht hier kein Spiel. Er entscheidet auf Preislos und das ist eine gute Position. Da ist er doch. Glatter und Ibrahimovic machen gute Aktion des Mädels. Da ist er mal wieder da. Und hier noch einmal das Tor und Manchester United exzellent verwandelt dieser direkte Treffer. Ein wirklich schöner Treffer, da konnte der Schütze sein ganzes Können zeigen. 3-1. Heißt du, was du jetzt? 3-1. Heißt du, was du jetzt?